Assalamu alaikum, guten Tag, liebe Gäste. Mein Name ist Cevinj. Ich bin in Chorazam geboren. Ich liebe Übersetzung und möchte zum Tourismus beitragen. Ich bin Reiseleiterin. Ich möchte schöne und alte Stadt Chiva der ganzen Welt vorstellen. Ich werde gerne mit Ihnen nach Chiva reisen. Chiva ist auch als Museum unter dem Himmel bekannt. Ich lade sie in meine einzigartige und wunderschöne Stadt Chiva ein. Und ich denke, sie wird reich an Eindrücken aus der Zeit des alten Hans sein. Konark oder der alte Bogen ist die alten Festungen von Chiva und einer der Pläste des Hans in der Ichankala oder Festung. Die Geschichte der Festung ist mit der Geschichte von Chiva verbunden. Es gab einen Sindan, einen Münzenhof, einen sommerlichen und winterlichen Moschen, einen Harem und es gab einen Ort für Feiern und für Anstullingen. Hier lebte auch die Familie des Hans. Der legende Nachbar der Ob Akshaikh Baba, Chil, das Grab von Shaikh Muhtarwali, der im 14. Jahrhundert lebte. Das Gebäude wurde 1991 renoviert. Heute können Touristen die Wunde von Chiva von oben durch eine hohe Veranda sehen. Auf Wiedersehen!